Das russische Monster Sergej Pavlovich hat Samstag Nacht mit seinem Sieg über Curtis Blade seinen sechsten Knockout-Sieg in Folge in der ersten Runde geholt und macht weiterhin Jagd auf Jon Jones und seinen Titel im Schwergewicht. Und wir reagieren jetzt gemeinsam mal auf ein paar der Highlights aus dem Kampf und ich zeige euch, was da passiert ist. Bevor wir jetzt aber loslegen, erstmal 5 Sekunden Werbung für die besten Supplemente von Zac+. Ihr wollt schnell mehr Kraft und Muskelmasse aufbauen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die tägliche Einnahme von 5 bis 6 Gramm Kreatin. Innerhalb kürzester Zeit werdet ihr einen riesen Unterschied merken. Waldmeistergeschmack von Zac+, ist mein Favorit, Ring 10 ist der Rabattcode. Der Kampf ging los, Sergej Pavlovich und Curtis Blades, beides richtig große Bomber. Nachdem jetzt Francis Ngannou ja von der UFC weg ist, hat so ein bisschen so ein Typ gefehlt, der wirklich für Aufregung sorgt, sage ich mal, was Knockouts angeht. Und das ist auf jeden Fall Sergej Pavlovich, weil der Typ ist ein absoluter Bomber, wirklich. Sergej Pavlovich hat besondere Power im Schwergewicht und man sieht es auch direkt schon, die ersten zwei Hände gegen den Kopf von Curtis Blades haben ihm die Deckung geöffnet und ihn, ja, hier ordentlich wachsam gemacht, aber Curtis Blades kommt selber direkt mit einer harten Hand zurück. Der Kampf ging nicht lange, aber während er gehalten hat, war der sehr, sehr spannend. Schöner Konter hier von Curtis Blades direkt an das Kind von Sergej Pavlovich. Ja, der hat das auch gut weggesteckt. Hier erneut der Konter, aber Pavlovich bleibt stehen. Er ist eine Minute vergangen und beide haben sich schon solche Power Punches gegeben, die müssten jetzt schon wahrscheinlich safe Kopfschmerzen haben. Ich hatte eigentlich ehrlich gehofft, dass wir irgendwann einen Kampf zwischen Sergej Pavlovich und Francis Ngannou sehen würden. Jetzt da Francis Ngannou ja leider raus ist aus der UFC, wird das wohl erstmal nichts werden, aber jetzt dann demnächst hoffentlich der Kampf zwischen Sergej Pavlovich und Jon Jones. Boom! Die Rechte direkt hinten an den Kopf, seitlich bringt Curtis Blades fast zu Boden, ja, da war er schon extrem am Wackeln. Oh, Sergej Pavlovich lauert, er wischt ihn jetzt hier gerade mit einem guten kurzen Jab direkt durch die Mitte hindurch. Curtis Blades ist einfach am Wackeln, Sergej Pavlovich entlädt die ganzen Schläge auf ihn, aber er schafft es jetzt hier gerade noch rauszukommen. Aber gut verteidigt, wieder der Jab durch die Mitte. Curtis Blades schon richtig müde, das kommt davon, dass er angeschlagen wurde. Oh, die Rechte kurz von unten durch, durch die Mitte hindurch, Curtis Blades geht zu Boden, Ground and Pound hinterher und das Ding ist vorbei. Das war richtig gut gemacht von Sergej Pavlovich. Der hat so mit der Rechten angetäuscht, als ob das ein Cross von oben kommen würde. Hier, Curtis Blades hat die Hand hochgezogen, aber dann stattdessen kam er von unten so mit einem Aufwärtshaken reingestochen. Hier, boom, richtig gut durch die Mitte hindurch und dann noch zwei, drei Schläge. Da war schon Curtis Blades extrem am Wackeln, wusste nicht mehr genau, was Sache ist. Geht hier gerade schon auf alle Viere und kassiert dann nochmal so drei, vier richtig monströse Hände von diesem Typen, bevor es dann komplett zu Ende war. Ich will nochmal kurz die Slowmotion Wiederholung davon sehen. Boom, die Rechte hat ihn schon dann zum Boden gebracht, hier direkt danach. Schau mal, das hat alles losgelöst und diese Rechte, die man jetzt hier gleich, boom, die hat man leider nicht hinter der Schulter von ihm gesehen, aber die war, dass sie den Schaden, wirklichen Schaden angerichtet hat. Und dann klammert er sich noch schnell an dem Bein von dem Referee, weil er denkt, das ist vielleicht Sergej Pavlovich und dass er sich damit irgendwie retten kann. Sechster Knockout in Folge und das in der ersten Runde. 18 zu 1 seine Statistik aktuell. Also wirklich ein Typ, den man ernst nehmen muss. Jon Jones kämpft jetzt als nächstes gegen Stipe Miocic und danach gehe ich davon aus, dass es diesen Kampf geben wird. Jon Jones gegen Pavlovich. Ich gehe davon aus, dass Jon Jones gegen Stipe Miocic gewinnen wird, deswegen rede ich jetzt schon von diesem Matchup. Sergej Pavlovich fragt sich nur, okay, wie er mit Jon Jones klarkommen wird, weil Jon Jones halt einfach ein absolut intelligenter und schwieriger Gegner ist, aber rein von der Kraft, von der Power her ist Sergej Pavlovich echt fucking gefährlich für Jon Jones. Jedenfalls, das war's mit meiner Reaction, Freunde. Schreibt mir auf jeden Fall mal kurz in die Kommentare eure Meinung zu Sergej Pavlovich. Was denkt ihr, wie wird er sich in der weiteren Zeit im Schwergewicht anstellen? Glaubt ihr, Sergej Pavlovich könnte Jon Jones den Titel abnehmen? Ja oder nein? Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf jeden Fall auch auf dieses. Das sollte euch dann auch gefallen. Und wir sehen uns schon im nächsten. Bis dahin bleibt alle gesund, passt alle auf euch auf und ciao, ciao.